So, da unten ist gerade irgendwas Grünes aufgeploppt, was mir Angst macht. Und da unten sind 100.000 Points aufgeploppt. Das ist doch was Schönes. Ich gehe mal gerade kurz hier durch. Ich musste leider mal ganz kurz mich splitten, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Hunger gekriegt hatte. Ich habe jetzt zwar gerade Pizza gegessen. Äh, ich habe schon wieder nur Pizza gegessen. Ich lebe so gesund, das ist unglaublich. Ach Gott, naja, egal. Ich fresse zwar quasi nichts Süßes, ich fresse auch quasi keine Chips, aber ich fresse eigentlich hauptmahlzeittechnisch sehr viel Müll, glaube ich. Habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Ich bin, glaube ich, der gesündest, lebendste Mensch der Welt. Das macht aber so ein bisschen die Faulheit und dann zum anderen Teil natürlich auch, dass man einfach zu nichts anderem kommt. Wenn man halt eben sehr viel zu tun hat. Jetzt muss ich heute Abend gleich, also tatsächlich gleich, nachdem diese Folge rum ist, dann werde ich diese Folge schneiden. Das ist ganz, ganz entspannt, das macht ja auch schön. Ist ja auch, äh, das macht ja auch schön. Ha, oh, Folgen schneiden macht schön. Halleluja. Äh, naja. Ähm, dann werde ich diese Folge schneiden, dann werde ich sie, ähm, rendern lassen. In der Zeit kann ich dann irgendwie, was weiß ich nicht, was machen. Dann werde ich sie hochladen und dann kommt sie heute hoffentlich pünktlich um 18 Uhr raus. Wie viel haben wir? 16 Uhr drei. Ach, Jungs. Ha. Schlimm. Also schlimm, wenn man das schon unter Zeitdruck aufnehmen muss. Aber das liegt einfach daran, dass es ungefähr um 18 Uhr rauskommen soll heute. Und ich da gestern Nacht einfach nicht zugekommen bin, weil ich noch bis halb drei ungefähr am Breakout, nicht am Breakout, an Speedbuild geschnitten habe. Mein Gott. Ist auch schlimm. Aber, ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau. Und wenn wir das dann hier hinten heute hinter uns gebracht haben, so mit, äh, Hochladen und sonst was, kommt die Folge raus. Dann kommt irgendwann das Speedbuild raus. Und dann bin ich heute Abend um halb sieben schon wieder weg, weil ich wieder irgendwo hin muss. Ist nicht das Nirgendwo, beziehungsweise es ist ja ganz normaler Samstagabend. Das heißt, man geht mal mit, äh, mit Freundinnen und Kollegen des echten Lebens. Dieses schlimme Wort, was quasi keiner kennt. Ja? Kennt das noch wer? Hallo? Echtes Leben? Real Life? Kennt das noch wer? Ja. Tja. Spaß beiseite. Aber, ähm, wow, German Empire. Hi, auf Platz Nummer 4. Interessant. Ähm, dann werde ich heute Abend mich mal ein wenig, äh, in irgendeine Kneipe setzen oder was weiß ich nicht was machen. Was man so Samstagabend so entspannt macht. Darum ist El Mau. El Mau. Ich hab echt immer noch nicht nachgeguckt, was das, wo, was El Mau ist. Kann mir das mal einer in die Kommentare schreiben? Kann, kann das mal, kann, kann das, ist das, ist das möglich? Please help me get once. Nein, danke. Ähm, kann das mal einer machen? Komm, 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 komm. Ja. Ja, Bitch. Oh, wir sind schon Platz Nummer 6. Oh, nice. Ähm, kann das, kann mir das mal einer sagen? Weil ich wollte das nachgucken, aber ich hab, äh, hab's verpennt. Ach, komm. Oh, jetzt sind wir zum Teil gefressen worden. Hätte ja klappen können. Aber wenn ich wage, der, äh, nicht verliert, was? Der nicht gewinnt. Also wir haben es ja mal ausprobiert. Ich dachte, vielleicht könnten wir den noch kriegen, aber, äh, tja. Äh, war nicht. Jetzt sind wir natürlich relativ klein. Jetzt müssen wir uns wieder irgendwo groß fressen. Immerhin waren wir mehrere Sekunden auf dem Niederbord. Das wird einem ja mittlerweile zum Glück sogar angezeigt. Guck mal hier, wie er ist von die ganze Zeit. Hui. Da unten ist WTF. Schön. Irgendein sehr verwirrter Smiley auf Platz Nummer 9. Tree Force, ach, Tree Force auf Platz Nummer 8. Oh, Salon. Ich hab keine Ahnung, wie man das ausspricht. Nummer irgendwas. 6 mittlerweile. 7, 5. Ach, Gott. Es ändert sich so schnell. Und die Isis auf Platz Nummer 1. Jungs, oh. Jungs, könnt ihr vielleicht mal, ähm, Platz Nummer 1 ein wenig angreifen. Das wäre echt toll. Egal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie Frankreich finden. Und dann könnte Frankreich das hier so ein bisschen gegen die Isis kämpfen. Wäre doch toll, oder? So, bumm. Danke, danke, danke. Jetzt sind wir Platz Nummer 3. Oh, Ost. Oh. Nein, der ist nicht größer als wir. Der ist kleiner 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 als wir. Oh, mein Gott, sind wir zu groß. Oh. Äh. Entschuldigung. Das ging echt auf die Stimme gerade. Oh. Oh, die beschießen sich da gegenseitig. Ja. Oh, Ostsalang. Gib mir was von dir. Gib mir. Ich will was haben. Gib mir. Blut. Blaues. Blut. Was? Ach so. Ähm. Stark. Jetzt geht er hoch und hör auf, immer die dämliche Leiste da oben einzublenden, wenn ich da dran gehe. Das ist ja mega nervig. Pray for Slovakia. Okay. Aber da fehlt der Hashtag, Junge. Das kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Toll. Ein Unnamed Cell. Warum ist schon wieder so eine unbenahnte... Das ist... Das ist... Strange, meine lieben Freunde. Oh. Oh. Gut. Okay. Der geht in die andere Richtung. Schade. Da ist... Da ist doch dieser Ost... Ostsalan. Der ist auch gar nicht mehr auf der Liste. Was ist mit dem passiert? The one and only frisst dich gleich, mein Freund. Oh. Oh. Komm. Ich will... Ich will... Gib mir. Lass mich da hin. Lass mich da hin. Flöp. Immerhin ein bisschen was haben wir gefressen. Wojak ist immer noch nicht größer als wir, oder? Also als ein Teil von uns durchaus möglich. Jetzt kommt natürlich der Punkt dazu. Jetzt habe ich mich trotzdem gesplittet. Obwohl ich das nicht wollte, Mann. Das sah so lecker aus. Das kennt ihr das, wenn ihr so Süßigkeiten seht. Oder sowas Süßes. Und man... Das denkt sich so. Nein, ich darf nicht. Und dann macht man es trotzdem. Na, egal. So war das gerade. Ich habe Hunger. Ich habe... Mann. Ich... I don't know. Mann. Und wir sind diese... Ich darf es nicht sagen. Ich darf es nicht sagen. Ihr könnt euch denken, was ich sagen wollte. Ich darf es nicht sagen. Sonst passiert es nämlich. Ja. Pampadam, pampadam. Ich wollte nichts sagen. Kann ich bitte wieder zusammenwachsen? Ich habe Angst vor Stark da oben. Ich möchte bitte wieder zusammenwachsen. Ist mir das irgendwie möglich? Die da hinten beschießen sich die ganze Zeit. Eine unbenannte Zelle ist auf Platz Nummer 1. Aber besser eine unbenannte Zelle als die Isis. Hallo? Könnte ich jetzt mal bitte? Äh, Jungs? Ich möchte wieder zusammen. Hallo? Oh, Big. Dankeschön. Das finde ich echt nett von dir. Hier. Bitte. Hol dir was zu fressen. Ja gut. Ich weiß nicht, was du vorhast. Du wirst dich fressen lassen. Na gut. Dann nicht. Ach so. Aus dem Kleinen ist da gerade... Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich gerade einer fressen lassen. Jetzt sind wir Platz Nummer 2. Oh mein Gott. Das ist so episch. Ach Gott. Ich sollte das sein lassen. Ich habe generell keine so hohe Stimme. Jetzt tut mir vor allen Dingen der Hals weh. Egal. Wer schreibt mir denn jetzt? Jungs. Ach so. Ja. Die fragen sich natürlich auch, wann ich denn heute mal vorbeikomme. Ja. Wenn ich fertig bin hier, ne? Wisst ihr ja. Wie immer. Oh, ich kann mich... Oh, oh, oh. Rrr. 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 Oh, wir sind zusammen. Geil. Ah, wir sind wieder vereint. Wir sind wieder ein vereinigtes Königreich, wie man so schön sagt. Könnte ich jetzt vielleicht bitte diese unbenannte Zelle treffen? Wobei, ich möchte eigentlich nicht die Treffen, die größer sind. Als mich möchte ich die Treffen, die kleiner sind als ich. Die Starken fressen die Schwachen. Dieses Spiel symbolisiert das eigentlich recht schön. Oder anschaulich. Nicht schön. Anschaulich. Da oben Hungry hat sich gerade an diesen komischen grünen Punkt da rum. Pro Bro. Ja, okay. Interessant. Warum ist Tobi jetzt schon wieder größer als wir? Ich will nicht, dass jemand größer ist als ich. Ich will alles! Ja, keiner. Da oben ist die Queen. Warum komme ich immer da oben? Mein Schnittprogramm denkt sich gerade auch, was macht der da? Für ein Quatsch. Der will die Fensteraufnahme dann immer skalieren. Das ist verwirrend. Gott sei Dank ist er langsamer als meine Maus. Finde ich ganz nett. Nonnos. Stark Nummer 9. Warum ist Stark denn nur noch auf Platz Nummer 9? War der nicht gerade mal größer? Oder der kam mir immer nur größer vor, weil ich immer klein war. Ich möchte jetzt nicht zwischen diese grünen Teile geraten. Ich möchte immer mit der Maus was zeigen. Dann schwinge ich natürlich auch in die Richtung. Das ist ein bisschen doof. Quee, quee, Paris. Ja gut, ich kann leider nicht so viel Französisch. Ich kenne, glaube ich, die Zahlen von 1 bis 10. Und mir ist aus der Schulzeit damals nicht hängen geblieben in Französisch. Ich hatte auch nur ein Jahr. Um mich mal so ein bisschen zu entschuldigen dafür. Oder um mich da ein bisschen rauszureden. Ich hatte ein Jahr Französisch. Ich hatte sonst Latein. Das hilft extrem im Leben, ja. Erare humanum est, meine Freunde. Da ist Seno 2. Okay. Interessant. Ist da unten sonst noch... Oho. 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 Aha. Das da unten ist jetzt wohl Platz Nummer 6, was? Jetzt lass dich doch nicht von dem einen... Ja gut, das ist mir gerade auch schon passiert. Jetzt ist der größer als ich. Ah, mein Nack... Lolpower. Lolpower chillt da vorne gerade. Weiß genau, dass ihm gerade sowieso keiner was tut. Außer ich. Aber ich will nicht da in seine Nähe, weil der macht mir Angst. Ich will aber auch irgendwie größer werden. Wobei, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt Platz Nummer 1 werde, das wäre natürlich toll. Aber werde ich jemals Platz Nummer 1? Das ist eine schwierige Frage. Und wie lange geht die Folge eigentlich schon wieder? 25 Minuten. Oh Gott. Oh, jetzt sind wir Platz Nummer 2. Weiß nicht mehr warum, aber... Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Jetzt sind wir Platz Nummer 1. Warum habe ich das gesagt? Da ist wohl jemand aus dem Spiel gegangen. Jetzt ist Slowakia. Und ja, gut. Jungs, wir waren mehrere Sekunden Platz Nummer 1. Folge erfolgreich abgeschlossen. Oder wie war das? Haha. Geil. Kaum sachig. Aber gucken, ob wir jemals Platz Nummer 1 erreichen. Ich weiß es nicht. Könnte ja der Fall sein. Bäm, Platz Nummer 1. Nichts getan. Niemand gefressen. Einfach nur Platz Nummer 1 geworden. Weil der Erste rausgegangen ist. Ja, gut. Okay. Hab ich gesagt. Ah ja, gut. Jetzt sind wir natürlich wieder nur noch Platz Nummer 4. Aber wir waren gerade kurz Platz Nummer 1. Und da bin ich eigentlich schon vollkommen zufrieden. Auch wenn ich da selber nicht so viel dran getan habe. Jetzt sag mir nicht, dass es die... Was ist noch? Nein. Slowakia. Oh, der wäre so die Megazelle, wenn ich jetzt... Aber ich darf mich jetzt nicht splitten. Sonst denkt er sich nur... Warum geht Wojak immer in Slowakia rein? Fick dich. Wojak, fick dich. Na, vielleicht war das auch so ein bisschen... Ähm... Einfach nur Panikreflex. Er wollte in irgendeine Richtung ausweichen. Da ist Tocopoco. Wir müssen jetzt leider... Slowakia will uns jetzt... War echt ans Leder. Ja, weißt du das? Ich muss jetzt zusehen, dass ich hier irgendwen gefressen kriege. Oder ich werde von Slowakia gefressen. Warum ist der eigentlich genauso? Ja gut, wir machen keinen großen Unterschied. Boah, Wojak, fick dich. Ich schwöre dir. Wojak. Wojak. Du miese kleine Hure. Wojak. Was soll das? Domus Hungry. Den könnten wir jetzt zwar theoretisch fressen. Komm, geh auf Hungry. Ja, der verpisst sich jetzt natürlich. Doof gelaufen, wa? Ja. Naja, was heißt ja? Aber zumindest hat er gerade ein bisschen Zeit verloren, dadurch, dass wir hier um die Ecke fliegen konnten. Wojak ist definitiv auf der Seite von Slowakia. Die spielen definitiv zusammen. Ob sie sich kennen, ich habe keine Ahnung. Aber die beiden... Wojak. Du kriegst noch einen über den Deckel. Und wenn nicht in dieser Folge, ist mir egal. Freundchen, hä? Es gibt links und rechts einen auf die Schnauze. LP mit Kev. Keine Ahnung, ob der richtig oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so oft bei ihm vorbeigeguckt, dass ich wüsste, dass er noch Agar spielt. Oder jemals gespielt hat. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wie meistens nicht. Da unten ist irgendwer... Weiß nicht. Wir sind nur noch Platz Nummer 6. Komm schon, gib mir doch mal mehr was zu essen. Ich will nicht kleiner werden. Ihr kleinen, kleinen... Ach, Sanik war das. Genau. Ihr kleinen, miesen Huren. Tobi. Oh nein, der ist größer, oder? Wieso ist der größer? Ab einer gewissen Größe sieht man einfach sehr ähnlich aus von der Größenordnung her. Das ist echt so ein bisschen verwirrend. Jetzt geht bloß nicht alle in Tobi rein oder lasst euch von Tobi fressen. Dann sind hier gleich... Oh, Wojak hat sie von uns. Aber der andere vermutlich. Es war nicht der Original. Der one and only, mein Freund. Wo... Ich hasse diesen Slowakier. Und ich hasse diesen Wojak, weil der Slowakier unterstützt hat. Der ist definitiv nicht für die kleinen Leute. Er kämpft immer nur für die großen. Kann ich jetzt mal bitte von denen hier oben was fressen? Der ist auch größer als ich, aber der ist in zwei Teilen. Ich will was. Hallo. Tobi ist hinter uns her. Ich bin hinter dem her. Es ist wieder das ganz große Fressen hier gerade. Und ich glaube, wir werden diese Folge irgendwann noch sterben. Wäre auch schlecht, wer nicht. Unsere Folgen enden ja generell eigentlich damit, dass ich draufgehe. Eigentlich ein recht trauriges Ende, wenn man mal so überlegt. Aber so, Bob Marley. Poland da vorne will wieder Krawall schieben. Der möchte irgendwie hier... Oh. Tobi, guck mal da unten. So, Bob Marley hat sich wieder zusammengefasst. Jungs, ich muss jetzt mal ganz ehrlich was sagen, ja? Tobi, geh doch mal auf die da oben. Wie wär's? Ich verpiss mich und du gehst auf die. Hat sogar funktioniert. Ablenkung. Ablenkung funktioniert immer. Scheiße. Wir sind nur noch Platz Nummer 7. Gib mir doch mal einer was zu essen. 3.500 Punkte circa. Gib mir doch mal was zu essen. Ihr seid alle scheiße. Ich weiß wie ich heiße. Komm, gib mir mal was zu essen. Bob Marley, Alter. Danke fürs Essen. Richtig mies. Ich will jetzt nicht da unten in dieses Dreieck reinfliegen. Oder hat sich jemand gerade wieder von uns fressen lassen? Jetzt habe ich gerade die Leute kritisiert, die nur die Großen anfeuern. Und dann, ja, ne? Passiert uns das selber. Schön. Schön. Wirklich schön. So. Ach, hinter uns ist ein Platz. Ist schon dieser komische Typ, der wieder mit dem Kopf auf der Tastatur eingeschlafen ist und dann heute Morgen aufgewacht ist und sich gedacht hat, hey, spiele ich noch eine Runde Agar? Okay. Interessant. Diese ganzen kleinen Leute. Ich möchte sie alle fressen. Jetzt sind wir nur noch Platz Nummer 9. Ey, Jungs, kommt schon. So langsam muss ich immer wieder was essen, oder? So ein Nein-Gag. Ach, Nein-Gag, du bist kacke. Ach, Leute. Warum werde ich so... Das ist doch öde. Kriege ich jetzt mal was? Ich möchte gerne... Ich hätte ganz gerne. Darf ich? Darf ich doch? Ich darf doch wohl sehr bitten, oder? Ich denke mal fertig mit Hochladen. Ja, gut. Ist das schon mal ein guter Anfang. Ich muss nur mal ganz kurz nachgucken. Da drunter ist... Irgendwer, wir sind nicht mal mehr auf der Liste. Mit 3500 Punkten sind wir nicht mehr auf der Liste. Einfach nur, weil der Rest größer geworden ist. So ein Scheiß. Hätte ich jetzt vielleicht mal bitte... Könnte ich jetzt... Könnte ich jetzt... Hallo? Ich hätte ganz gerne... Das ist doch schlimm. Da unten ist diese komische 8. Jetzt sind wir wieder auf der Liste. Oder auch wieder nicht mehr, oder... Hallo? Wir fahren gerade mal kurz Platz Nummer 1. Das können wir doch nicht auf und sitzen... Sitzen lassen. Komm her. Da oben ist LP mit Käff schon wieder. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Du weißt, dass ich's will. Komm her, du willst es doch auch. Oh Gott. Komm. 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 Ach komm, fick dich. Immerhin ein Teil von dir muss ich mal haben. Ich hab Hunger. Und wenn ich dabei draufgehe jetzt, dadurch, dass ich mich gesplittet hab, passiert das halt. Aber ich muss jetzt mal echt... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt und auch der nicht verliert. Peck or... To Peck or Eminem. Ja, toll. So, komm. Danke, danke, danke. Jetzt sind wir wieder Platz Nummer 2. So sieht das aus. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt, wir sind... Wenn wir uns nicht gesplittet hätten, wären wir zu langsam gewesen. So. Da oben ist Facebook. Ich würde ganz gerne Facebook übernehmen. Ja. Dann halt nicht. Facebook hat da offensichtlich doch was gegen die Über... Na ja, Facebook. Tja. Hungry, du bist echt ein netter Dude. Bitteschön. Ja. Du hast mir gerade geholfen, Facebook fertig zu machen. Ist in Ordnung. Ja. Jetzt beschwere ich mich ja... Jetzt mache ich genau die gleichen Scheiße, wie ich mich gerade eben darüber beschwert habe, ja. Doppelmoral, meine lieben Leute. Auch das will gelernt sein. Oh, äh. Ich möchte nicht gefressen werden. Jetzt ruckelt das natürlich, weil das so groß ist. Hä, Neppi. Neppi hat uns gefuttert. Bitteschön. Neppi. Das ist mir jetzt egal. Danke. Du lebst einfach und ich lebe einfach. Machen wir das so? Okay. Warum füttern uns jeder? Nein, 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 nein. Nicht meinen zweiten Teil auf Essen. Nicht meinen zweiten Teil auf Essen. Ich möchte wieder zusammen wachsen. Hallo, liebe Spiele. Ich mache das zusammen wachsen. Um Gottes Willen. Warum mache ich das? Gib mir doch mal... Ah. The one and only möchte wieder... Wirklich eine. Das heißt the one and only und nicht the two and only. So ein Kack. Ich möchte wieder zusammen wachsen. Hallo, hallo, halli, hallo. Hallo, da, be, di, da, be, da, hey, da, be, di, da, be, da, hey, da, be, di, da, be. Dankeschön. Zack. So. Jamp. Jamp ist größer als wir. Aber der will uns nichts tun. Ähm. Deswegen swiggle ich mich jetzt einfach mal hier unten drunter her. N, B, also 3, B, Happy. Ich kann das echt nicht aussprechen. 3, B, Neppi. Ich denke immer N, B, Happy. Warum auch immer. Ich vermutlich, weil das irgendwie Sinn macht in meinen Augen, aber keine Ahnung. Oh, der hat sich von uns... Jetzt sag nicht, dass du dich uns komplett anschließt. Ich tucke hier nur rum. Keine Sorge. Ich glaube, der spielt das auch nur just for fun. Der will gar nicht nach oben kommen. Der spielt nur splitten, fressen, splitten, fressen, splitten, fressen. Macht er die ganze Zeit. Der ist echt cool. Der Dude ist korrekt. So, Jamp möchte uns fressen. Ich muss mal ganz kurz hier irgendwie zusehen, dass ich Land gewinne. Ja, Jamp denkt sich auch, weißt du was, mit dem... Da will ich gar nicht erst mit anfangen, ja. Ich will lieber, will ich lieber irgendwas anderes fressen. Bosnia, Herzegowina. Ne, nur Bosnia ist da unten. Slowakia ist schon wieder auf Platz 1. Kann mal jemand diesen Slowakia da weg piepen? Mann. Ich will das nicht zensieren. Da muss ich ja nachdenken. Ey, so ein Kack. Da unten ist Moon. Da oben ist UWM8 oder UMW8 oder was weiß ich nicht was. Da ist Fred. Wo ist denn Fred? Fred ist gar nicht... Doch, doch. Der ist Platz Nummer 10. Okay, Fred. Komm mal her. Wir müssen hier mal ein Duell auf Augenhöhe machen, nur dass ich größer bin als du. Ne? Stell dich auf den Stuhl und du bist genauso groß. Komm. Komm mal angerutscht. Fred. Ne, Fred hat keinen Bock. Fred möchte sich definitiv hier nicht... Komm, wenn es Neppy jetzt wieder füttert. Wow. Das tut er wirklich. Ohne Spaß. Was ist mit Neppy los? Was ist mit Neppy? Was hat Neppy für einen Auftrag? Da oben ist Slowakia wieder. Von dem gehe ich jetzt aber direkt 10 Kilometer weg. Wenn ich größer bin als der, ist er direkt... Wird er direkt gefickt, Junge. Jetzt habe ich jetzt nichts zensiert. Pech gehabt. Ah, Alter, ey. Gib mir doch mal jetzt jemand was zu essen. Und nicht nur Neppy. Ich möchte irgendwas fressen, ohne dass ich da gefüttert werde. Sondern ich möchte lieber die ganze Zeit selber was fressen. Ich will nicht gefüttert werden. Danke, Neppy, aber ich brauche das nicht. Ich habe das nicht nötig. Danke. Das Bananaphone, das sich da oben an uns vorbei versucht zu drücken. Klappt natürlich nicht so. Hat sich Neppy gerade komplett fressen lassen? Oh. Neppy ist den Ehrentod gestorben. Danke. Vielmals. Aber es... Ja. Danke. Du sollst nicht umsonst gestorben sein. Danke. Da unten ist Neppy schon wieder. Er hat uns schon wieder gefunden. Ich meine, gut, wir sind fett. Uns kann man nicht so leicht unten nicht übersehen. Ey, Jungs, wenn die Folge so lange dauert. Ich kann die nicht so... Ich will die ja so lange machen, die Folge. Woll, aber ehrlich gesagt, ich kann die nicht so lange hochladen. Das dauert ewig, bis ich die hochgeladen habe. Ich muss die jetzt gleich auch noch schneiden. Rändern, hochladen. Alles bis 18 Uhr. Die soll pünktlich rauskommen. Sonst steht hier gleich in meiner Excel-Tabelle wieder... zu spät rausgekommen. Das kann ich nicht leiden. Ich bin sehr pünktlich, was das angeht. Ey. Scheiße. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mohammed Algeria. Sehr schön. Was soll ich denn machen? Ist da unten irgendwer, der größer ist als... Stoned? Ne, der ist nicht größer als ich. Der ist kleiner als ich. Ähm. To pick or an Eminem. Ich kann den Namen übrigens... Ich verspreche mich da so häufig bei Eminem. Das kann ich nicht... Ich kann... Da bin ich echt zu doof für. Tut mir leid. So ein Scheiß. 3.462 ist... Wir sind immer noch so groß. Immer noch genauso groß. Willst du mich verarschen? Hier sind hier 1000 Punkte. Und die will ich mir gar nicht snacken. Alter, ey. Die lassen wir mal den kleinen übrig. Keutthome? Wut? Da ist Bra oder Bro? Da ist Wojak. Aber ich hoffe mal nicht der Wojak. Ihr Freundchen. Weißt du Bescheid? Weißt du... Kriegst du heftig... Oh, das ist der erste da vorne. Der Schmähbulok. Schmähbulok? Hm? Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht. Aussprache. Ist manchmal komplizierter als man denkt. So, was ist das? Da ist Mithosinecrosis. Mithosinecrosis? Was? Ach, keine Ahnung. Ich kann das manchmal... Ja. Ihr könnt euch ja selber überlegen, wie man das ausspricht. Da ist dieser Kuit. Sonst wer... Kann ich da mal runter? Da unten ist dieses komische Schwert. Platz Nummer 8. Ähm. Kann ich dich fressen? Jetzt auch nicht, er lässt sich versehentlich fressen. Doch, er hat keine andere Wahl. Wow. Wow. Dieses Team... So. Alles in Ordnung. Ich durfte... Ja. Ich hab das... Soll ich das rausschneiden? Ich lass das drin. Das interessiert mich nicht. Das ist mir egal. Ja, komm. Wird doch direkt wieder zer... Bumst. So. Was? Nein. Alles in Ordnung. Liebe Leute, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich werde diese Folge in zwei Teile splitten müssen, weil ich sie sonst nicht hochgeladen kriege. Das ist ein bisschen problematisch. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von irgendwas am morgigen Montag. Es tut mir leid, dass das Wochenende vorbei ist. Aber hey, es gibt Schlimmeres. Bis dahin, hausen rein. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Bis zum nächsten Mal.